Ich habe 22 Jahre jetzt bei den Oscars am roten Teppich gestanden, das wird mir nie jemand nehmen können. Keiner hat mich hervorgeschlagen für Schlag den Raab, das war Stefan, der gesagt hat, Steven muss das machen. Und Stefan hat mich da reingeboxt und Stefan hat mich gefördert. Hast du so drei Tipps für Leute, die in die Moderation gehen wollen? Ich komme immer wieder auf den Punkt Authentizität. Klar ist es mega, wenn ich mit Tom Cruise, Brad Pitt oder wem auch immer ein Interview führen darf, aber das sind natürlich Dinge, die kann mir keiner nehmen. Das ist so mein privater, eigener Moment. Das war so der letzte, emotionalste Moment, an den du dich erinnerst? Dass du in einer Situation warst und jemandem zugeguckt hast, der dir ganz nah am Herzen ist und dich das einfach zu Tränen gerührt hat. Dann kriege ich jetzt schon Kloß im Hals. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grow Beyond und den heutigen Gast kennen manche noch als den Moderator von Schlag den Raab. Sein Name hat definitiv schon mal jeder Film- und Fernsehfan gehört, denn er gehört zu Deutschlands bekanntesten Moderatoren. Steven Gäthien hat in den letzten Jahrzehnten die Medienlandschaft definitiv mitgeprägt. Doch sein Weg an die Spitze war alles andere als einfach. Steven zog es schon sehr früh in die Welt der Medien. Vom Radiosender bis zu den glamourösen roten Teppichen in Hollywood hat er eine beeindruckende Karriere hingelegt, die ihm unter anderem zu MTV London, den Oscars und in die deutsche Fernsehgeschichte führte. In dieser Folge wollen wir mit Steven nicht nur über seine beeindruckende Laufbahn sprechen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen werfen, wie er es geschafft hat, in einer sich ständig wandelnden Medienwelt erfolgreich zu bleiben, welche Herausforderungen ihn geprägt haben und was es wirklich braucht, um ein guter Moderator zu sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge von Grow Beyond. Hallo Steven, schön, dass du da bist und schön, dass es geklappt hat. Das ist bei uns ja immer zeitlich ein kleines Problemchen, aber wir haben es geschafft und ich bin so froh, dass wir heute hier mal ein bisschen sprechen. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Du hast es schon angesprochen, unsere beiden Terminkalender miteinander zu vereinbaren, ist ein großes Problem, aber irgendwann gibt es für jedes Problem eine Lösung. Ja, voll. Für die Leute, die es nicht wissen, unsere Konstellation ist eigentlich total witzig entstanden, weil wir letztes Jahr durfte ich privilegierterweise meine allererste Moderation mit dir machen. Oh, danke. Was ja eigentlich von meiner Rolle aus nahezu unmöglich ist, wenn man neu in die Moderation einsteigt. Direkt mit so einem Vollprofi zu moderieren. Du hast dich am Anfang auch gefragt, wer ist sie eigentlich? Was soll sie da neben mir? Aber schlussendlich haben wir gemerkt, dass wir ziemlich gleich ticken. Und seitdem sind wir so. Ja, also ich kann dazu nur sagen, ich habe mich nicht gefragt, wer soll das denn sein? Sondern ich habe natürlich in der Sekunde gewusst, wer du bist. Und ich finde das sehr großartig. Also für mich ist das ja ein Privileg, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Bock auf diesen Job haben, die ja mir auch nochmal eine ganz neue Sicht auf die Dinge bringen. Und ich finde, du hast es fantastisch gemacht. Also wirklich super gemacht. Und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir sowas zusammen machen dürfen. Ich hoffe es auch. Das war so cool. Und jedem Gast stelle ich immer die gleiche Einstiegsfrage. Deswegen würde ich dich direkt mal am Anfang fragen, welches Motto oder welches Zitat begleitet dich so durch dein Leben? Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, um vielleicht mal in der alten Fernsehwelt zu bleiben, möchte ich eine Datingshow zitieren, die den Namentrug nur die Liebe zählt. Ich glaube, bei all dem, was einen antreibt, egal ob privat oder beruflich, ist es ganz wichtig, dass man das liebt, was man macht und auch das genießt, was man macht. Und ich glaube, das ist ein großer Antrieb für meinen beruflichen und privaten Werdegang. Und auf der anderen Seite mag ich das gerne, dieses amerikanische Motto, das dahinter steckt, The sky is the limit. Ich glaube, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, Dinge umzusetzen. Das sind die Sachen, die mich antreiben und die mich motivieren, auch weiterzugehen. Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob es immer so ein Motto gibt, aber ich finde auch, dass man mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen sollte. Und vor allen Dingen habe ich auch das große Glück, mit Menschen wie dir zusammenarbeiten zu dürfen, die mir nochmal die Möglichkeit geben, ganz neue Sachen zu lernen, ganz neue Dinge zu sehen, zu versuchen. Und ich finde, wir dürfen in einem Business arbeiten, das sich ständig weiterentwickelt und neue Perspektiven schafft. Aber gab es bei dir mal so einen Moment, wo du Dinge gemacht hast, wo du nicht aus Liebe und diesen Drive gehandelt hast? Ja, klar. Also davon ist man nicht gefeit. Meine Karriere ist ja auch nie linear verlaufen. Ich glaube, dass wenn man jetzt zurückblickt auf die lange Zeit, die ich das schon machen darf und machen möchte, denken immer alle, das ist stetig bergauf gegangen. Ich habe ja wirklich ganz, ganz viele Krisen gehabt und ganz, ganz viele Situationen, in denen es nicht so gelaufen ist. Und manchmal geht es, glaube ich, darum, um the big picture. Also das heißt, dass man sich vielleicht für etwas entscheidet, was man macht, was einem vielleicht ein ganz klein bisschen widerstrebt, um, sage ich mal, die nächste Stufe auch zu erreichen. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu. Vor allen Dingen, der Bauch entscheidet bei mir ganz, ganz viel. Also wenn der Bauch nicht mit dem konform geht, was da passiert, dann wird es auch nichts. Weil das mit so viel Authentizität auch zu tun hat, wie bei dir im Business. Das glaubt dir keiner, wenn der Bauch nicht dabei ist, wenn es eine reine Kopfentscheidung ist. Aber manchmal gab es Situationen in der Vergangenheit, wo mir Dinge angeboten wurden, mit der Perspektive danach etwas anderes zu machen. Auch da gibt es eine große Anzahl an Geschichten, wo es eine glatte Lüge gewesen ist, wo danach nichts rumgekommen ist und man hat es trotzdem gemacht. Aber das sind alles Dinge, die man lernt und die man dann einfach auch umsetzt und Erfahrungen sammelt und dann in der Reflexion dann einfach vielleicht auch anders machen würde. Ja, voll. Und du bist ja, und ich glaube, das wissen auch voll wenige, du bist ja in Arizona groß geworden. Ja. Viele wissen gar nicht, dass du so einen amerikanischen Background auch hast. Kurz mal zurück in deine Kindheit. Wie war es für dich, da groß zu werden? Jetzt, weil du vor allem jetzt ja auch in Deutschland lebst. Gab es da so Dinge, die du gerade auch in deiner Karriere in Arizona auch gelernt hast, so in deinen ersten Jahren? Was war so der Unterschied? Also ich bin ja mit vier Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen, habe dann auch viel Zeit zwischendurch verbracht, war in der Highschool da ein Jahr, war nach der Schule nochmal ein Jahr, da habe ich dann mit meinem Bruder auch zusammen noch in Los Angeles gelebt. Meine Eltern sind damals aus Deutschland weggegangen, weil die, glaube ich, die Welt sehen wollten und meine Eltern auch sehr anglo-fier sind und da großen Spaß dran hatten. Ich bin der Älteste von drei Jungs und mein mittlerer Bruder, wir beide sind in Arizona, also in Phoenix, Arizona, zur Welt gekommen. Ich glaube, dass meine Eltern umschreiben die Zeit von damals immer so, dass ich so ein kleines dickliches Baby gewesen bin, das immer überall rumgereicht wurde. Also ich war damals, glaube ich, schon ein sehr soziales kleines Wondepröppchen und vielleicht ist das so ein bisschen hängen geblieben, also diese Offenheit und vor allen Dingen diese Leichtigkeit und ich bin ja 1972 zur Welt gekommen, vielleicht auch die Leichtigkeit der 70er Jahre, auch dieses Zusammenleben. Meine Eltern haben damals in so einem Areal gelebt, wo ganz viele Ärzte auch gewohnt haben mit ihren Familien, die haben extrem viel zusammen gemacht. Es war warm, bin immer nur in Windeln rumgelaufen, den ganzen Tag rumgekrabbelt. Meine Großmutter hat mich damals besucht und hat den ganzen Sommer auf mich auch aufgepasst und hat da immer ganz tolle Geschichten von erzählt. Ich glaube, dass dieses Lebensgefühl, dass dir die Welt offen steht, sicherlich etwas ist, was ich so mitgenommen habe. Und das Spannendste ist, und ich habe ja immer noch relativ viel auch in Amerika beruflich zu tun, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige, ich kann das nicht beschreiben, aber der Geruch, das hat für mich eine Energie und ich fühle mich total zu Hause. Also ich fühle mich natürlich auch in Deutschland sehr zu Hause, aber das ist für mich etwas ganz Besonderes. Also ich habe irgendwie, ist das so ein bisschen vielleicht auch in Flaschen Blut übergegangen. Aber wenn du von so einer Leichtigkeit redest, die du früher vielleicht hattest oder in den 70ern, würdest du schon sagen, dass es jetzt verloren gegangen ist? Merkst du davon viel? Nein, ich glaube, dass Leichtigkeit immer dabei ist und bleibt. Ich glaube, dass du natürlich als junger Mensch mehr Leichtigkeit an den Tag legst als vielleicht als Erwachsener. Und ich bin jetzt Anfang 50, da verändern sich natürlich einige Perspektiven auch, vielleicht auch die Verantwortung den Menschen gegenüber, die dir ganz besonders wichtig sind. Aber ich glaube, dass man das Leben leicht nehmen sollte, nicht in einer Arroganz oder in einer Verklärung der Situation. Aber ich glaube, dass wenn man es zu ernst nimmt und die ganze Zeit immer nur an die Probleme denkt, dass es einem auch keinen Spaß macht und es soll ja auch Spaß machen. Leichtigkeit meine ich insofern, dass es auch netter ist, wenn man auf Menschen zugeht und offen denen gegenüber steht und nicht immer so diese Verschlossenheit, dieses doch manchmal ein bisschen Zurückhaltende. Und da gibt es wieder die Diskussion über die amerikanische Oberflächlichkeit. Und ich habe ja lieber jemanden, der nett oberflächlich zu mir ist, als jemand, der mich anraunst, wenn ich ins Geschäft reingehe und mich fragt, was wollen sie denn eigentlich hier? Und ich denke so, ja, aber ich wollte etwas kaufen, aber jetzt habe ich vielleicht keinen Bock mehr drauf. Ja, voll, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich finde auch, dass es ein bisschen mal mehr wiederkommen sollte. Also dieses ganze Thema Connecten und mal wieder weg von diesem ganzen Handy und mal wieder rein in die Welt und was erleben. Weil aktuell ist es halt wirklich so, wenn du nichts zu tun hast, gehst du an dein Handy und gehst aber nicht mehr raus. Und so alles ist halt nur noch irgendwie da im Online-Geschäft. Das finde ich halt auch so ein bisschen, finde ich leider ein bisschen schade. Aber warte, da kann ich dir eine kurze Geschichte zu erzählen, die ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang. Weil ich habe damals mit meiner Mutter, als ich Abitur gemacht habe, meine Mutter war immer eine oder ist immer noch eine sehr abenteuerlustige Frau und sie ist damals mit mir nach China gefahren. Und damals gab es ja noch keine Handys, kann man sich nicht vorstellen, sondern es gab ja diese Super 8 Videokameras. Und ich habe die mitgenommen von meinem Bruder und habe den ganzen Tag nur gefilmt. Wir waren in Peking und dann auf der chinesischen Mauer und es war unfassbar. Und nach zwei Tagen hat meine Mutter gesagt, super, dass du das alles mitnimmst, dass wir uns das am Ende dann alle angucken können, aber du musst es doch irgendwie auch abspeichern. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Wenn du heute auf ein Konzert gehst von Coldplay, Adele, Taylor Swift, posen alle den ganzen Tag vor den Kameras und drehen die ganze Zeit mit, anstatt das mal aufzusaugen. Weil das, was du dann im Endeffekt abspeicherst und diese Emotionen, die du mit dir trägst in dieser Situation, das ist ja das Entscheidende. Und ein Foto ist immer noch super, aber manchmal kriegt man gar nichts mehr mit, weil man die ganze Zeit immer nur darauf aus ist, was du ja auch gerade gesagt hast, mit dem Handy irgendwelche Sachen aufzunehmen oder zu erleben. Ja, ich erwische mich da auch. Klar, ich bin in dieser Handy-Generation groß geworden. Ich hatte in meiner Grundschule schon ein Handy, keine erste, zweite Klasse oder so. Ich erinnere mich auch mittlerweile dran, dass ich sage, okay, ich mache es am Anfang schnell. Also dann lasse ich es auch einfach, weil schlussendlich, wer guckt sich die Momente auch dann? Also sind wir ehrlich. Wie viele Fotos und Filme hast du auf deinem Handy? 175.000. Siehste. Und wie häufig hast du die 175.000 durchgeguckt? Ja, gar nicht. Wirst du auch nicht machen. Und irgendwann wirst du es auch nicht mehr sortieren. Weil du sagst einfach, ich habe gar keine Zeit. Ich hole mir immer nur eine größere iCloud und denke mir nur so, wow, schon ein Terabyte hier voll, dann kommt jetzt zweite Terabyte und jetzt habe ich 10 Terabyte gekauft. Aber ja, schlussendlich. Dann ist das eigentlich schade. Ja, klar. Und du druckst es ja nicht mehr aus. Nee. Nee. Das Einzige, wofür es gut ist, ist manchmal so Memories, wenn du irgendwie so Dinge in deiner Story hochholst von früher, ist es mal ganz cool, dass die dann doch noch da sind. Aber ja. Aber dann erinnerst du dich ja eher an die Situation als an das Bild. Ja, total. Also dann siehst du ein Bild und sagst so, oh Gott, was habe ich da jetzt, weiß ich, und deswegen das. Voll. Gehen wir aber mal kurz zurück an deine Anfänge. Du wolltest ja ursprünglich, glaube ich, Medizin studieren und bist ja dann in die Medienwelt eingetaucht. Du hast ja auch, du warst im Radio, du hast ja auch so, wie du vorhin schon gesagt hast, so einen Werdegang gehabt, der immer so ein bisschen, mal hast du da geguckt, dann mal das und irgendwann hast du dich ja auch so gefunden und machst aber jetzt mittlerweile ja immer noch viele verschiedene Formate, Sachen, viele kennt dich noch aus der Stefan-Raab-Zeit. Mittlerweile bist du ja das Gesicht so im deutschen TV in der Moderation, aber nimm uns mal mit, wie lief das wirklich ab, auch gerade in der Welt, wo wir heute wissen, es ist total schwer, da eigentlich so drin zu sein, aber wie war es so in deiner Zeit? Also wie hast du da eigentlich so Fuß fassen können? Vielleicht war ich ein bisschen unbedarft und war auch gar nicht so fixiert darauf, das zu machen, was ich jetzt machen darf. Du hast ja eben gerade angesprochen, mein Ziel war es eigentlich, nach Amerika zu gehen und zu studieren. Ich wollte Medizin in Amerika studieren, hatte auch diese Tests dafür gemacht und musste dann ja so einen PSAT, einen SAT-Test machen, also diese ganzen amerikanischen Highschool-Tests, damit du dich bei amerikanischen Colleges bewerben kannst und Unis und musste dann einen gewissen Zeitraum überbrücken und habe dann ein Praktikum beim Radio gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das ein junges Team war, so ein bisschen so wie Social Media heute, es war unbedarft, es waren alles Leute in meinem Alter zwischen 20 und 30, du warst am Puls der Zeit, weil Radio einfach das Nonplusultra auch damals war, es war in der Zeit von Take That, von den ganzen Boybands, alle sind durchgedreht, wir hatten Mädels, die campiert haben, unten vor dem Radiosender, wenn wir irgendwelche News zu Take That hatten und bin dann mit meinem damaligen Chefredakteur ein bisschen aneinander geraten durch ein Missverständnis, weil er dachte, ich hätte einen Job geschwänzt, aber er hatte ihm das vorher gesagt, er hat das einfach nur vergessen und war dann bei meiner damaligen großen Liebe im Ausland und bin dann zurückgekommen und er wollte mich eigentlich rausschmeißen und dann haben wir eine relativ klare, lautstarke Diskussion miteinander gehabt und da hatten wir dann im Nachhinein ein Volontariat angeboten, also im Prinzip eine Ausbildung als Nachrichtenjournalist und das habe ich dann gemacht und da bin ich dann so ein bisschen reingerutscht und habe einfach gemerkt, das macht mir viel Freude, Dinge zu recherchieren, Berichte vorzubereiten, selber zu schneiden, Dinge zu gestalten und habe dann auch parallel dazu moderiert und irgendwann gab es dann mal ein Casting für MTV, also das Nonplusultra der 90er Jahre, also das Musikfernsehen, das ja Trendsetter Nummer 1 war weltweit und die haben junge Moderatoren und Moderatorinnen gesucht und haben vor allen Dingen beim Radio geguckt und gewildert, weil die gesagt haben, die Leute haben eine Assoziation und eine Verbindung zur Musik und können auch reden und haben auch Bock drauf und ich bin dann zu diesem Casting gegangen, es war ein absolutes Desaster, absolutes, also es war, ach du musstest dich in so ein Zelt stellen von der Kamera und innerhalb von einer Minute irgendwas cooles sagen und das ist total in die Hose gegangen, was willst du in einer Minute, dann denkst du dir irgendwelche Phrasen aus und machst irgendwelche Witze, es ist einfach nur peinlich, du denkst dann nicht in dem Sinne, dass du dich authentisch vorstellen sollst oder sagst, warum du da hin möchtest, es war alles so ein bisschen blub und bla, aber der Castingdirektor Shelby Taylor damals fand mich ganz cool und hat mich dann eingeladen, dann waren wir ein bisschen spazieren und meinte, hör zu, als Moderator wirst du nichts, aber hast du vielleicht Bock bei uns als Redakteur anzufangen, aber du musst dich innerhalb der nächsten fünf Tage entscheiden und nach London ziehen und dafür bin ich meinen Eltern total dankbar, meine Eltern haben gesagt, ey mach das, das ist die geilste Chance deines Lebens, tu das und wenn es nicht funktioniert, kommst du einfach wieder zurück und da war ich dann insgesamt drei Jahre und das war eine unfassbar prägende Zeit, weil wir waren in London, in Camptown, in einem Großraumbüro mit 150 Leuten aus der ganzen Welt, also es war, also alles, was man sich vorstellen kann, war da, in jeder Couleur, in jeder sexuellen Ausrichtung, in jeder religiösen Ausrichtung, es war einfach toll, es war einfach, und London war auch so der Schmelztiegel, es war mega, was du da erleben konntest, ich hatte keine Kohle, ich habe immer in WGs gelebt, die völlig absurd waren, von 15er WGs zu irgendwelchen Zweier WGs, es war eine extrem prägende Zeit und da gab es dann irgendwann die Möglichkeit, weil alle alles gemacht haben und du warst sozusagen dein eigener, dein eigener Chef oder deine eigene Chefin, wenn du dich gut eingestellt hast, durftest du mehr machen, wenn du Scheiße gebaut hast, bist du rausgeflogen, dann ist jemand krank geworden, dann haben sie mich vor die Kamera geholt und dann hat mich irgendjemand nachts in der Dauerschleife von ProSieben gesehen, die haben mich dann zum Casting eingeladen und auf einmal habe ich dann drei Jahre später tough moderiert, das klingt jetzt alles so easy peasy, aber ich glaube, ich war, ich hatte das Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, aber ich glaube auch auf der anderen Seite habe ich es immer durch sehr viel Engagement, Leidenschaft und harte Arbeit beeinflusst und provoziert. Ja, ich wollte gerade fragen, also ich wollte auch mal früher nach Amerika gehen, aber meine Angst hat mich dann dann doch abgehalten, es dann irgendwie zu machen, keine Ahnung und das hat man ja total oft und man sagt ja eigentlich so in den 20ern von 20 bis 30 kannst du eigentlich alles ausprobieren, weil du verlierst nichts und das hast du ja schlussendlich gemacht, was ja für dich auch super war, aber wie, hast du irgendwie einen Tipp, wenn jetzt viele vor so einer Wahl stehen, okay, mache ich das, mache ich es nicht, aber wenn ich es mache, dann überwinde ich da vielleicht auch irgendwie meine größte Angst. Also ich würde das ganze Leben wirklich als ein großes Abenteuer auch ansehen und ich glaube, dass wir zu häufig und je älter man wird, desto mehr passiert es ja, uns immer überlegen, aber wenn es nicht klappt, was passiert dann? Das ist ja etwas, was wir vor allen Dingen von Kindern lernen können, die denken ja überhaupt gar nicht drüber nach, was passiert morgen, was passiert, wenn ich den Baum hochkletterne und ich wieder runterkomme, das ist, wenn ich den Schneeball auf die Fensterscheibe schmeiße, das ist ja eigentlich das Geile, die versuchen nur und ich glaube, dass man aber trotzdem differenzieren sollte zwischen, ich will das und das machen, aber bin ich bereit dafür auch den Weg zu gehen und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, das ist ja auch etwas, was man aus deiner Bitte auch sehen kann und was du ja auch erzählt hast, man muss trotzdem auch dafür willens sein, hart zu arbeiten. Ich glaube, das ist immer der Unterschied. Es gibt immer Beispiele von Leuten, die von null auf hundert in einer Sekunde gerauscht sind, aber es gibt genauso viele Leute, die hart dafür gearbeitet haben, an einen bestimmten Punkt zu kommen und das verklären ja viele. Wir haben das 1994, das ist völlig absurd, das sind 30 Jahre, aber in diesen 30 Jahren habe ich halt immer viel gemacht. Ich habe ja auch vorher Praktika gemacht im Medienbereich und mir immer den Arsch aufgerissen und ich glaube, darum geht es und ich will jetzt gar nicht sagen, Leute, ihr müsst über Leichen gehen, sondern ich glaube, man muss sich drei, vier, fünf Punkte klar machen. Nummer eins, was macht mir wirklich Spaß, also worauf habe ich Bock und das dann ausprobieren, weil durchs Ausprobieren finde ich heraus, ob das ja wirklich etwas für mich ist oder ob es wirklich das ist, was ich glaube, was es ist. Und wenn nicht, trittst in die Tonne und guckt dir das nächste an. Nummer zwei, ich glaube, dass man sich nicht so sehr unter Druck setzen sollte, blitzschnell Erfolg zu haben, sondern dass man auch ein bisschen genießen sollte, was man alles tun kann und das vor allen Dingen auszuprobieren. Nummer drei, finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man Menschen zuhört, die vielleicht mit einem größeren Erfahrungsschatz auch in diesem Metier schon arbeiten. Es gibt ja nichts Cooleres, als eine Mentorin oder einen Mentor zu haben, womit ich gar nicht meine, dass die einem sagen, wie man es richtig macht, aber von dem man ja lernen kann. Und Nummer vier ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich für nichts zu schade ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute direkt etwas wollen, wofür man aber vielleicht ein bisschen länger Zeit braucht. Und ich habe immer, ob das beim Radio war oder früher bei einer Zeitung oder dann auch im Fernsehen, ich habe immer auch viel Sachen machen müssen, die im Nachhinein vielleicht absurd klingen, aber die die Bandbreite der Möglichkeiten und vor allen Dingen das Verständnis für das Business viel größer gemacht haben. Wenn du jetzt aber so an die Jahre da zurückdenkst, also du hast ja jetzt so ein bestimmtes Mindset auch entwickelt. Klar, wenn wir jung sind, wir wollen immer viel. Mittlerweile sieht man ja auch so junge Menschen haben schon irgendwie viel Erfolg und irgendwie sieht es da alles nicht anstrengend aus. Aber wie hast du das für dich ja mehr oder weniger auch so definiert, da so viel Arbeit reinzustrecken, obwohl du vielleicht noch nicht wusstest, dass es sich lohnt? Weil du bist ja da auch irgendwie reingerutscht, aber wusstest ja auch irgendwie gar nicht, okay, rentiert sich das jetzt? Weil du kommst eigentlich aus einem Medizinstudium, eigentlich war ja das irgendwie, was du machen wolltest und dann hast du aber wieder eine Passion für einen komplett anderen Bereich irgendwie entwickelt. War die Passion dann schon so in dir drin, dass du gesagt hast, okay, ich gehe da, ich mache da alles und stecke da so voll meine Energie rein oder wo würdest du sagen, kam das dann früher schon her, wo du noch so jung warst? Weil da switcht man ja total oft die Ideen, weil andere vielleicht auch sagen, nee Steven, du sollst lieber das machen, dann solltest du vielleicht doch das machen. In der heutigen Generation bei mir ist, ich habe so viel Informationsüberflutung, ich weiß teilweise gar nicht mehr, was ich selber will, aber woher wusstest du das dann früher für dich, dass du da jetzt Fuß fassen willst? Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich weiß gar nicht, ob ich die so seriös beantworten kann, wie sie klingt. Ich weiß zeitweise ja immer noch nicht manchmal genau, was ich will und wohin es geht. Ich glaube, ich bin aber neugierig genug, mich darauf einzulassen und vielleicht naiv und idealistisch genug auch zu wissen, dass, wenn ich eine andere Passion finde, immer auf die Füße fallen werde. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt für unfassbar talentiert und unfassbar gut halte, sondern dass ich den Glauben an mich habe, dass ich mich reinknie, wenn ich etwas mag. Und du hast ja eben gerade gesagt, unterschiedlicher kannst du eigentlich gar nicht sein, Medizin und Medien. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass beides mit Menschen zu tun hat. In der Medizin darfst du Menschen helfen und sie heilen und wundervolle Dinge ja auch vollbringen, obwohl du ganz viel Leid ja auch vor dir hast. In den Medien, und ich will es in keiner Art und Weise vergleichen, aber in den Medien habe ich ja die Möglichkeit, Menschen Freude zu bereiten, sie zu entertainen, abzulenken von ihrem Alltag und auch gewisse Dinge zu tun. Und es ist unfassbar abwechslungsreich und genauso wie die Medizin. Und nochmal, ich vergleiche das nicht miteinander, aber die Medizin entwickelt sich ständig weiter und die Medien ja auch. Also das ist ja ein Business, das nicht stillsteht, sondern wir haben eben gerade darüber gesprochen, als ich angefangen habe, gab es keine Handys, da ging es gerade mal los. Aber das waren beim Radio, ich hatte eine Autobatterie mit einem Handy drauf und so einer riesen Antenne und das hat zwei Stunden gehalten. Heute hast du Handys, die können 180 Terabyte an Infos und du kannst alles streamen sehen und überall hin telefonieren. Also ich glaube, dass es wichtig ist, so ein bisschen seinem Bauch auch zu folgen. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mir das ganz viel Freude bereitet. Also mir bereitet es große Freude, Menschen Unterhaltung zu bieten und die abzulenken und sie zum Lachen zu bringen. Und die Resonanz ist einfach auch schön. Klar kriege ich auch negative Kommentare, aber grundsätzlich ist diese Liebe, die einem auch entgegenschlägt, total schön. Und das mag ich. Und das ist natürlich auch in gewisser Art und Weise eine Droge, diese Resonanz ständig auf sich einwirken zu lassen. Und auch da muss man aufpassen, dass es nicht irgendwann Überhand nimmt. Aber ich glaube, dass man in all den Dingen, die man tut, aufpassen muss. Und du hast es eben gerade angesprochen, es gibt viele junge Kolleginnen und Kollegen, die sehr früh Erfolg haben, dass dich dieser Erfolg nicht verleitet, Dinge zu machen, die du eigentlich normalerweise nicht machst und vor allen Dingen dich als Persönlichkeit verändert. Und ich habe das Glück, eine Familie um mich herum zu haben, die mich sehr schätzt und liebt, aber die auch weiß, wie ich bin und mich auch kritisiert. Und ich habe einen bewundernswerten Freundeskreis, denen es im Prinzip scheißegal ist, was ich mache. Und ich glaube, das sind am Ende immer die Grundsäulen und das Fundament für jede Art und Weise gesund mit seinem eigenen Ich und seinem Berufsleben umzugehen. Dass du immer, sag ich mal, ein Spiegelbild vor dir hast, wo jemand auch zu dir sagt, ey, geht hier nicht, das ist auch mal gut. Jetzt reicht es auch mal. Jetzt mach mal irgendwas anderes und dich abholt. Und das ist die Kombination. Und meine Passion ist einfach da für dieses Business. Und ich möchte einfach mehr lernen. Und ich möchte Dinge ausprobieren und gucken. Aber, und das ist auch die Gefahr, man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr das Berufsleben und das passiert einfach über das Privatleben rüberstülpt. Weil am Ende sind Freunde von mir das, was bleiben und nicht das, was ich vor der Kamera gemacht habe. Und es sind dann auch so gemeinsame Momente, wo man dann irgendwann abends draußen bei guten Temperaturen mal Sitzkarten spielt oder so und sich genau an die Momente zurückerinnert. Klar erinnerst du dich dadurch, dass du ja so viel erlebst, natürlich auch an Momente auf der Bühne oder was passiert ist oder mit Menschen, die du triffst. Aber die kannst du ja dann auch in dem Moment nicht mit der Familie teilen, weil es nicht mit denen war. Stell dir mal vor, du lässt so alles weg mit der Familie und hast nur deinen Beruf. Klar ist es schön, das zu erzählen, aber andere können ja da gar nicht so reinfühlen. Ich glaube, deswegen ist es auch ein Punkt, beides zu schaffen und zu kombinieren. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke an die letzten Monate, ich war jetzt surfen, das war so ein bisschen diesig, der Atlantik war 19 Grad kalt, du hast einen Neoprenanzug an und ich denke einfach daran, wie ich auf diesem Brett liege und einfach nur warte, bis irgendeine Welle kommt. Und ich habe das Bild direkt vor Augen, ich habe den Geruch, den Geschmack. Das sind Sachen, die sich so in meine Patina eingebrannt haben, bei denen ich einfach denke, klar ist es mega, wenn ich mit Tom Cruise, Brad Pitt oder wem auch immer ein Interview führen darf oder bei den Oscars bin oder eine Show mit Joko und Klaas mache oder mit Stefan was machen darf. Aber das sind natürlich Dinge, die kann mir keiner nehmen. Weißt du, das ist so mein privater eigener Moment, oder du guckst und siehst einfach, wie deine Jungs oder deine Freunde da sitzen und dich einfach über irgendeinen Joke beeiern oder du hast einen Lachflash. Das sind, also ich will das gar nicht verklären, ich bin dir total dankbar für all das, was ich erleben und machen darf. Aber das sind diese Momente, die mich dann auf der anderen Seite auch in dunklen Zeiten mehr rausholen aus einem Loch, als dass ich sage, ey, du hast ja schon die und die Leute getroffen. Wann in deiner Karriere, weil du gerade von einem Loch sprichst, würdest du sagen, bist du an so einem Loch angekommen? Was war der Grund dafür? Ja, da kann ich hundert Geschichten zu erzählen. Diese Zeit von MTV und der Übergang zu ProSieben war davon geprägt, dass alles für mich sehr neu war und ich sehr unbedarft war und einfach, ich war in meinen Zwanzigern und ich musste nicht viel schlafen, ich musste nicht viel essen, ich brauchte nicht viel. Ich habe, glaube ich, das erste Jahr bei ProSieben auch wieder nur auf irgendwelchen Couchen geschlafen. Ich habe es vermieden, mir in irgendeiner Art und Weise Möbel anzuschaffen, weil ich gar keinen Bock drauf hatte, weil für mich waren Möbel in der Sekunde immer so ein, ich muss jetzt da bleiben, wo ich bin. Ich habe Shows gedreht und bin abends irgendwo hingefahren, geflogen, habe da irgendwie gedreht und dann anschließend noch durchgefeiert bis zum nächsten Tag. Und dann gab es irgendwann die Situation, und das ist ja auch ganz spannend an unserem Business, wir werden ja auch viel durch Entscheidungen anderer beeinflusst, unser Werdegang. Also es sind ja auch im Endeffekt Entscheiderinnen und Entscheider, die sagen, ich mag Emilia und ich mag Steven und ich würde gerne was mit dem machen. Und ich hatte da jemanden, der, glaube ich, im Nachhinein betrachtet, nicht glücklich mit seinem Leben war, aber das auf alle anderen Menschen rauf projiziert hat. Und der hat mir den Spaß genommen und dann sind mein einer Bruder und ich nach Amerika gegangen, nach Los Angeles, weil wir beide die amerikanische Staatsbürgerschaft haben und haben da im Business angefangen zu arbeiten. Ich im Fernsehen und er beim Film. Und dann waren alle damals um einen rum und haben gesagt, ey, ruf an, wenn irgendwas ist, kommst du zurück und dann machen wir tausend Jobs. Und nicht nur, dass ich keinen Spaß mehr an dem hatte, was ich machen wollte, sondern ich bin zurückgekommen und es hat natürlich, es war allen Leuten völlig egal, ob ich jetzt da war oder nicht. Also all die vermeintlichen Befürworter und Förderer hatten kein Interesse daran. Und sich dann wieder rauszukämpfen und dann habe ich viele Gespräche mit meinen Eltern geführt, die immer für mich ein toller Gratmesser waren, weil sie uns immer alles eröffnet haben und auch immer unterstützt haben. Und dann hat mein Vater gesagt, weißt du, bevor du jetzt weiter rumeierst und immer darauf hoffst, dass irgendwas Neues passiert, musst du dir eine Deadline setzen. Und dann habe ich mir eine ganz klare Deadline gesetzt. Dann habe ich gesagt, wenn innerhalb der nächsten drei Monate bis zu diesem Datum nichts mehr im Fernsehbereich passiert, dann machst du was anderes. Ich wusste zwar nicht was und ich hatte riesen Respekt und Angst davor und dann kam plötzlich wieder was um die Ecke und dann baute sich das peu à peu auf. Aber seitdem ist das immer so gewesen. Also es hat ja keiner, keiner hat mich hervorgeschlagen für Schlag den Raab. Das war Stefan, der gesagt hat, Steven muss das machen. Und Stefan hat mich da reingeboxt und Stefan hat mich gefördert. Joko und Klaas gegen ProSieben, das war auch keiner, der gesagt hat, Steven soll das machen, sondern Joko und Klaas haben gesagt, ich soll das machen. Also es sind immer Situationen gewesen, wo Menschen meine Arbeit gewertschätzt haben und mich gefördert haben. Und das ist natürlich auch zeitweise für die eigene Persönlichkeit und für das eigene Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein eine Katastrophe, wenn du im Nachhinein hintenrum dann immer wieder erfährst, dass die Leute gar keinen Bock auf dich hatten und dich dann vornherum anlächeln und dann hintenrum dich einfach niedermachen. Aber wie, weil ich weiß jetzt nicht, wie krass sich das geändert hat, wahrscheinlich gibt es immer noch die, die das krass kritisieren. Wie gehst du damit jetzt um? Ach, ich glaube, dass vielleicht ist es auch so eine gewisse Genugtuung, dass es eine ganze Menge Menschen gab und vielleicht sicherlich auch noch gibt, die mir ja jegliches Talent absprechen. Das, was ich mache, ist ja nicht in Werten messbar. Also wenn ich jetzt sage, ich bin der schnellste Mensch der Welt, dann stellen wir uns hin und du misst, wie schnell ich auf 100 Meter laufe und entweder bin ich der schnellste oder ich bin der langsamste. Ob ich jetzt ein super Moderator bin oder der beste oder der schlechteste oder der lustigste oder der älteste, das liegt da rein im Ermessen der Menschen, die das, was ich mache, angucken. Und ich habe, glaube ich, in gewisser Art und Weise einen Frieden mit mir selber gefunden, dass ich es nicht mehr allen recht machen kann, auch wenn mich Kritik logischerweise noch trifft. Es wird auch immer Leute geben, die mich sozusagen rausschubsen aus unterschiedlichsten Jobs. Aber ich habe es in der Vergangenheit allen, glaube ich, auch in gewisser Art und Weise gezeigt. Und ich finde das, und das sage ich auch mit einer gewissen Art von Stolz, meine Vita und das, was ich machen durfte, auch für sich spricht. Ich habe 22 Jahre jetzt bei den Oscars am roten Teppich gestanden. Das wird mir nie jemand nehmen können. Und ich weiß auch nicht, ob das jemals jemand wieder in dieser Dimension macht. Ob ich jetzt die günstigste Lösung war oder die einfachste, ist jetzt auch mal dahingestellt. Aber mir macht es Spaß. Und dass Stefan mich geholt hat und dass Joko und Klaas mit mir auch gerne zusammenarbeiten, und ich hoffe, dass sie, Joko und Klaas, weil sie das hören können, dass sie das tun, spricht ja auch dafür, dass ich in gewisser Art und Weise was kann. Ich glaube, wir leben ja auch in einer medialen Zeitalter, wo jeder etwas zu einem sagen kann und wo die Kommunikation immer bösartiger wird. Und ich bin jetzt ein Mann in den 50ern, ich will gar nicht wissen, was bei einer jungen Frau wie dir passiert in den 20ern. Also was du alles an Hate-Nachrichten bekommst, an absurden, obszönen Dingen, das ist, ich finde es so schlimm. Und du hast es vorhin angesprochen, diese Art von Diskurs und diese Art von Austausch gibt es ja gar nicht mehr in der Art und Weise. Also du liest auf Social Media, dann poste ich was und sag dann, sie hatten bei Ben Hur einen Benzintank unter den Streitwagen. Es war ein Gastank. Aber dann bepöbelt mich jemand online in einer Art und Weise, du Vollpfosten, du wichtig mal, wo ich so denke, was ist denn dein Problem? Schreib doch einfach rein. Steven, das stimmt nicht, das ist ein Gastank gewesen, weil sie das da haben. Aber das Niveau ist einfach immer schlimmer geworden und das ist so traurig. Ich glaube, dass Leute auch denken, sie kennen dich durch einen Auftritt im TV oder auch mich. Also klar, durch so Podcasts, deswegen mache ich es auch, lernen Leute dich auch nochmal so ein bisschen tiefgründiger kennen. Aber bei einer Moderation darf man auch voll oft ja auch nicht vergessen, es ist ja viel geskriptet oder improvisiert und alles, was du sagst, passt ja gerade zu dem Thema, was das Event auch ist. Und das ist ja nie, dass du da dich hinstellst und sagst, also ja, das ist der Name meiner Mama, das ist der Papa, so bin ich groß geworden. Ja, auf Social Media ist es so schwer, wirklich die komplette Persönlichkeit auch darzustellen, weil sowieso meine Mama nimmt mich anders wahr, als du mich wahrnimmst. Und es wird auch immer so sein. Also jeder hat irgendwie eine andere Meinung über einen. Aber was ich da so krass finde, ist, obwohl du das so aktiv in einer Branche mitbekommen hast, wo die Leute eigentlich genau zehn Meter vor dir stehen und eigentlich total, also du moderierst in die Kamera und der Kameramann oder die Regie denkt sich so, boah, eigentlich wollten wir den vielleicht gar nicht haben. Ich glaube, den Mut zu sagen, ich lebe meinen Traum trotzdem weiter und nicht aufzugeben, das klingt jetzt vielleicht so leicht von dir, weil du es durchgezogen hast, aber ich glaube, das braucht ganz, ganz viel. Und ich glaube, das haben viele nicht. Und deswegen trauen die sich auch teilweise gar nicht mehr in den Berufsfeldern reinzugehen, weil sie vielleicht irgendwie negativen Wind bekommen haben. Und hast du da vielleicht irgendwas, was dir in der Zeit geholfen hat? Oder was so, wenn du dich jetzt so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, wo du auch jünger warst, wo es einem eigentlich ja nicht so egal ist, was Leute über einen denken, da trotzdem weiter zu machen? Also das ist mir immer noch nicht, ne? Also es ist mir immer noch nicht egal, was die Leute über mich denken, was sie über mich sagen. Ich glaube, dass immer noch diese gewisse Art von Authentizität ja die Leute dazu auch bringt, Vertrauen zu dir zu fassen. Das finde ich ja auch immer noch toll. Ich finde es ja großartig, wenn Menschen auf mich zukommen. Ich glaube, es geht immer nur um die Umgangsform, wie man aufeinander zugeht und wie man miteinander kommuniziert. Und ich bin da für jeden Diskurs auch offen, wenn er gut ist und vernünftig und menschlich. Ich glaube, es gibt keine klare Lösung dafür, wie man mit solchen Dingen umgehen muss und kann. Ich glaube, ich kann immer nur sagen, dass egal, wen man sich anschaut, ob das eine Taylor Swift ist oder ein Tom Cruise oder dich oder mich oder wen auch immer, dass wir alle mit unseren in Anführungszeichen Dämonen zu kämpfen haben. Ich glaube, das muss sich auch jeder vor Augen führen. Die Social-Media-Welt hatte ein riesengroßes Problem. Entweder ist sie radikal ehrlich oder sie ist radikal unehrlich. Also es gibt ja die Möglichkeit, ganz viel in gewisser Art und Weise zu kaschieren in der öffentlichen Wahrnehmung, was du nicht bist. Dein Erfolg rührt jetzt ja auch daher, dass du authentisch bist und dir auch zeigst, wer du bist und was du kannst und was du machst. Und das ist ja wirklich beeindruckend, was du tust. Aber du hast ja auch ein ganz klares Genre und eine ganz klare Nische gesucht und machst das seit vielen Jahren zuverlässig für Kunden und auch für deine Follower und Followerinnen und Fans. Und ich glaube, darum geht es ja, dass man vielleicht auch durch diese Fehler lernt, auch in der Kommunikation. Und ich finde es ja völlig richtig, wenn man auch darauf hört, was die Community einem sagt oder als Feedback gibt oder einfach auch mal guckt. Ich finde, dass es mittlerweile ein Ticken zu radikal manchmal ist, wenn du dich als Person weiterentwickelst und von der Emilia von vor zwei Jahren jetzt andere Sachen anstrebst, ist das dein absolutes Recht, weil es dein Leben, deine Persönlichkeit und deine Berufswahl und dein Wunsch. Und ich finde, dann kann man auch mitgehen und das akzeptieren. Ich finde, es ist heutzutage ganz häufig so, dass du etwas Neues machst und gar nicht mehr die Möglichkeit hast, es auszuüben, weil dich dann alle Leute dafür kritisieren. Das ist vielleicht auch ein bisschen die amerikanische Denke, die ich so gut finde. In Amerika kann ein Sänger ein Schauspieler werden oder ein Schauspieler ein Sänger. Oder eine Sängerin kann ein Sportstar werden oder ein Sportstar kann ein Schauspieler werden. Und ich glaube, das ist ja das, worum es geht. Also warum nicht jedem die Möglichkeit geben, sich selber zu entfalten, egal in welchem Genre, egal in welcher Art und Weise, und die Person dann einfach schätzen zu lernen. Und ich glaube, wir müssen einfach damit aufhören, uns gegenseitig etwas vorzugaukeln, weil ich finde es viel besser, ehrlich zu sein mit ein bisschen Entertainment, als unehrlich zu sein, weil man glaubt, die Leute brauchen dieses Bild. Und wenn ich dann irgendwelche Millionärskinder sehe, die mit einem Säbel eine Champagnerflasche aufhauen und das filmen und sich dabei geil fühlen, dann ist das halt so. Aber das ist ja nicht die Realität. Voll. Ich habe mir was für die Folge dann auch noch so ein bisschen überlegt, weil ich mir so dachte, jetzt habe ich dich hier schon mal vor mir sitzen. Ein Vollprofi, wo ich wahrscheinlich auch noch ganz viel lernen kann jetzt. Und zwar habe ich mir so ein paar Fragen rausgesucht, die ja mit die größten Probleme darstellen, wenn man Vorträge hat, wenn man moderiert, wenn man, ach was weiß ich, Lampenfieber hat. Und ich würde mich total freuen, wenn ich dir ein paar Fragen stellen kann zu den üblichsten Themen, womit wir Menschen strugglen, wo du uns vielleicht ein paar Tipps geben kannst, wie du das erfolgreich gemeistert hast. Ich versuche es. Ich meine, 30 Jahre sind eine Menge Erfahrung. Ich weiß auf jeden Fall von dir, ich erinnere mich an die erste Moderation. Ich habe dich dann gefragt, muss ich irgendwie meine Stimme trainieren? Muss ich das machen? Muss ich das machen? Und ich war halt voll erschrocken, dass du gesagt hast, du musst einfach Erfahrung sammeln. Und weil ich von so vielen Seiten auch gehört habe, du musst das üben, du musst das üben, du musst das üben. Dabei muss man eigentlich nur Erfahrung sammeln. Und du bist ja jetzt auch nicht da, wo du bist, weil du am Anfang an so warst, weißt du? Also du hast ja auch super viel. Nein. Vor allen Dingen am Anfang sagen sie dir ja alles ständig, du musst Sprechtraining und Sprachtraining haben. Du musst in einem bestimmten Duktus reden. Und das ist ja totaler Quatsch. Also du redest ja so, wie du redest, weil du dadurch deine Persönlichkeit auch kundtust. Und es ist ja völliger Irrsinn zu glauben, dass ich dir erzählen muss, wie du zu sprechen hast. Das ist ja Quatsch. Ja, war voll interessant mal so zu hören. Ich habe tatsächlich auch mal ein Sprachtraining gemacht und war danach auch so. Weiß nicht, ob ich mich jetzt zu männlich oder zu weiblich anhöre. Auf jeden Fall war ich das dann auch nicht. Ja, aber das ist ja deine Persönlichkeit, die da durchkommt. Also vielleicht gibt es Kleinigkeiten, die man ändern kann, aber grundsätzlich, ich weiß noch, dass es einen Radiosender gab und auch immer noch gibt in Hamburg, bei dem alle Moderatorinnen und Moderatoren gleich gesprochen haben. Also von der Melodie her, von der Tonalität. Das ist natürlich ein super Markenzeichen für einen Sender, aber es ist komplett gleich gestreamt, anstatt dass es in irgendeiner Art und Weise mal... Also du willst ja unterschiedliche Charaktere hören. Ja, voll. Kommen wir mal zu dem Thema Lampenfieber. Es gibt viele Menschen, die haben in der Schule schon Angst vorm Vortragen, haben den Text super gelernt, zittern dann trotzdem irgendwie komplettes Blackout. Manche übergeben sich vorher. Hast du einen Tipp gegen Lampenfieber? Egal, ob bei Vorträgen in der Schule, bei Präsentationen auf der Arbeit oder bei Moderationen auf der Bühne. Kann man irgendwas dagegen machen? Ja, also ich kann nur sagen, ich habe auch immer noch Lampenfieber. Aber ich würde allen Menschen da draußen raten, Lampenfieber nicht als negativen Begriff zu nutzen, sondern als etwas Positives. Für mich bedeutet Lampenfieber eine positive Aufregung vor dem, was passiert. Ich glaube, es gibt so ein paar Parameter, die man sich selber setzen kann. Ob das ein Vortrag ist, ob das eine Moderation ist, ob das, zum Beispiel habe ich auch schon die eine oder andere Rede im privaten Umfeld gehalten. Das finde ich viel schwieriger, weil da viel mehr Emotionalität drin steckt noch als im beruflichen Leben. Ich glaube, dass eine gute Vorbereitung immer wichtig ist. Ob du jetzt ein Referat hältst oder eine Moderation machst oder ein Interview führst, man sollte sich so gut wie möglich darauf vorbereiten. Das ist, finde ich, ein bisschen wie ein Handwerk, wie ein Tischler. Wenn ein Tischler einen Stuhl baut, dann weiß er ja, welche Werkzeuge er dafür braucht und legt die sich zurecht und schleift die, ölt die, putzt die, keine Ahnung. Und genau das kann man ja auch machen. Das heißt, man sollte sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Nummer zwei, und das ist, finde ich, das aller, 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 allerwichtigste, und das habe ich auch erst jetzt in späteren Jahren für mich gelernt, die meisten Leute setzen sich bei solchen Dingern extrem unter Druck, weil sie sagen, ich darf keinen Fehler machen. Ich darf mich nicht versprechen. Ich darf mich nicht verhaspeln. Ich darf die Jahreszahlen nicht verwechseln. Ich darf, keine Ahnung, die Folien nicht falsch in falscher Reihenfolge aufwählen. Das ist totaler Bullshit. Wir Menschen, und das ist ja das Schöne, sind nicht perfekt. Und in der Sekunde, in der man realisiert, dass man nichts perfekt machen kann, entspannt man sich total. Das heißt, ich habe vor einer Show immer noch Lampenfieber. Ich gehe rastlos hin und her. Ich sage mir die ersten Sachen in meinem Kopf zurecht und denke so, okay, das ist die erste Moderation. Und dann gehe ich raus und ich habe auch schon Blackouts gehabt. Ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich mich total verhaspelt habe. Aber ich habe das dann entweder mitgenommen, überspielt, kann man ja machen, oder ich habe darauf reagiert. Und ich glaube, man muss sich die Angst vor Fehlern nehmen, Spaß daran haben und sagen, wenn ich mich verspreche, verspreche ich mich. Dann sage ich so, ups, da habe ich etwas Komisches gesagt. Macht überhaupt gar keinen Sinn. 320 Millionen, es sind ja nur 320.000. Und schon hast du die Leute auf deiner Seite, weil das ja authentisch ist. Das passiert dir im Freundeskreis auch oder mit deinen Eltern, wenn du mit denen sprichst, mit deiner Mama. Dass du dich dann irgendwann mal im Telefonat, bist du irgendwo geistig gerade woanders oder bist du übermüdet und sagst dir irgendwas, dann sagst du, hä? Emilia, was für ein Quatsch redest du da eigentlich? Sagst du, ups, entschuldige, ich meine dich ganz anders. Ja, ich glaube, es ist auch eher so ein bisschen, wenn ich mich an die Schulzeit zurückerinnere, Vorträge waren super bei mir. Es war das Einzige, was ich wirklich richtig gut in der Schule konnte, weil es mir Spaß gemacht hat zu sprechen. Aber es war eher so dann die Angst vor negativen Kommentaren oder oh, jemand könnte mich deswegen nicht mehr mögen. Aber weil es uns halt so eingetrichtert wird, wenn du was falsch sagst, kriegst du halt einen Rotstift und es ist falsch. Und das ziehst du halt so mit durch dein Leben und als wir zuerst moderiert haben. Das erste Wort, was ich gesagt habe, da habe ich mich auch versprochen und klar, das habe ich in dem Moment gemerkt, aber man kann es live eh nicht ändern. Also geht nicht. Und mir hat es auch tatsächlich keiner gesagt. Also man muss das, glaube ich, auch mal beobachten, wer am Ende zu dir kommt und sagt, warte mal, vor acht Stunden bei deinem Einlaufen hast du dich verhaspelt. Also macht erst mal keiner. Und wer es macht, mit dem musst du dich eh nicht abgeben. Vor allen Dingen durch den Kontext, das hast du gerade gesagt. Und wie gesagt, ich glaube auch ganz wichtig ist, in der Vorbereitung, wenn du jetzt, das erinnerst du ja auch aus Vorträgen, die du in der Schule gehalten hast, wenn du einen Vortrag hältst über ein Thema, dann weißt du ja, worüber du sprichst. Das heißt, du hast ja auch immer die Möglichkeit, es zu wingen, wie man so schön sagt im Englischen, oder zu improvisieren. Und ich glaube, das geht in der Moderation genauso. Ich weiß immer, deswegen ist live so schön, du kennst ja den Punkt A und den Punkt Z und du willst von A nach Z, aber der Weg führt nicht immer von A über B über C, sondern manchmal über W und dann über S und dann über D. Also das ist einfach, und wenn du ungefähr weißt, wohin du willst, das ist ja wie im Gespräch jetzt auch, dass wir miteinander führen. Du hast ja eine Idee, wohin du willst und welche Fragen du mir stellen willst, aber du hörst mir ja zu und dadurch entsteht ja ein Gespräch. Und so ist es ja auch beim Vortrag und auch bei einer Moderation. Aber wie machst du das? Weil du hast ja gesagt, es ist voll wichtig, dass man authentisch bleibt. Gerade in der Moderation sind alle Blicke auf dich gerichtet und wir würden lügen, wenn wir nicht sagen müssen, wir müssen auf unser Äußeres achten. Das ist schon wichtig, dass wir nicht zu viele Muster oder sowas anhaben. Gerade je nachdem, wie die Kamera auch ist, irgendwie musst du ja auch immer gestylt sein. Und dann hast du manchmal aber auch noch Textvorgaben. Wie schaffst du es dann noch, so authentisch zu sein? Also wenn das so wichtig ist, weil es ja eigentlich dann doch alles so gestaged ist. Spannende Frage. Ich glaube, das sind unterschiedliche Punkte, auf die man mal eingehen muss. Ja, klar gibt es Vorgaben, wohin was gehen soll. Aber ich glaube, dafür ist ja auch immer so ein Produktionsvorgespräch auch total wichtig. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Ich glaube, es gibt Dinge, wo du sagst, nee, das kann ich nicht sagen oder das möchte ich nicht sagen oder nee, damit stimme ich nicht überein. Und ich finde, dann muss man das auch innerhalb eines Redaktionsgespräches oder Produktionsgespräches ändern können. Wenn es jetzt Texte sind und wir hatten da ja auch dieses eine Beispiel, auf das ich jetzt nicht näher eingehen möchte mit einer Person, die in einer ganz bestimmten Art und Weise vorgestellt werden sollte und wollte, dann muss man einfach irgendwann auch sagen, mach ich nicht. Also, weil es ist ja dann auch Teamwork. Also Teamwork bedeutet ja nicht nur, dass es eine Einbahnstraße ist, sondern es ist ja ein Highway, der in alle Richtungen fährt. Und ich finde, da kann man dann auch gemeinschaftlich drüber sprechen. Und klar gibt es auch Situationen, wo ich Dinge sagen muss, die extrem werblich sind, aber die gehören dann rein. Und ich finde, dann muss man sich auch fragen, ist das ein Kampf, den ich jetzt führen will und muss oder mach ich es einfach? Und ich glaube, da kann man auch sehr gut mit dem eigenen Bauchgefühl entscheiden, um es authentisch rüberzubringen. Und ich finde, man kann ja auch, es gibt ja manchmal auch nichts Schwierigeres, als zum Beispiel in der Talkshow von einem leichten Thema an ein schweres zu switchen. Und es gibt tausend Möglichkeiten, das zu machen, indem du dir einen Cliffhanger baust und eine ganz tolle Moderation von einem leichten Thema zum Schwieren. Oder du sagst einfach, wir kommen jetzt mal, das ist ein harter Cut, ich weiß, für sie da draußen, aber wir reden jetzt mal darüber. Finde ich, ist ja auch völlig okay und normal. Und ich finde, da muss man für sich selber den Weg finden, der für einen selber am angenehmsten ist, damit man sich eben nicht verbiegt, sondern authentisch bleibt. Und die andere Sache ist die Eitelkeit in unserer Branche. Das hat meine Kollegin zu mir gesagt, jeder, der in unserer Branche sagt, er oder sie sei nicht eitel, lügt. Das ist ein visuelles Business. Und klar ist es mir wichtig, zu wissen, wie ich aussehe, zu wissen, was habe ich an, zu wissen, wie bin ich gestylt. Sieht man meine Nasenhaare oder meine langsam entstehende Glatze oder sieht man sie nicht. Ich finde, das ist auch völlig okay, weil ich will mich ja auch wohlfühlen in dem, was ich mache. Das ist wie damals, wenn ich abends losgezogen bin oder wie jetzt, dann ziehst du dir auch was Nettes an. Sieht man den Bizeps, sieht man den Bauchansatz, ist der Bart gestylt oder ist der strubbelig. Ich finde, das gehört dazu und das mache ich auch gerne. Ich finde, das macht auch Bock. Ja, voll. Ich bewundere das ja auch, wie du das machst und ich finde es einfach Wahnsinn und ich habe jetzt ja schon einige Situationen mit dir erlebt und Events besucht und sowas und wie viel Arbeit da auch hinter steckt und das finde ich total cool. Vielleicht bin ich jetzt mittlerweile auch älter und deswegen lasse ich es manchmal auch schlurfen und im Urlaub finde ich es halt total geil, eine Badehose anzuziehen und ein T-Shirt zu haben. Das geht dir auch so. Das ist ja auch gut. Aber im Job finde ich es schon cool. Wenn ich zu den Oscars fahre, will ich einen geilen Smoking haben. Ich möchte gerne, dass die Leute stehen bleiben und sagen so, wow, ey, den Smoking finde ich cool. Das ist doch super. Und das gehört auch dazu. Also das finde ich auch ein Asset, das super viel Spaß macht. Ich glaube, es ist wichtig, in unserer Branche zu verstehen, dass es nicht nur ums Äußere geht, sondern dass wir uns selber auch ohne dieses ganze Glam-Bam im Spiegel mit einer Jogginghose angucken können und es uns nicht definiert, wie wir jetzt aussehen. Ich muss auch sagen, wenn es dir Spaß macht, ich meine, deswegen bist du ja auch in der Branche. Ja, klar. Aber ich kann dir ein Beispiel nennen, ich hatte vor Jahren, als ich beim ZDF war, eine junge Kollegin an meiner Seite, die das ganz, ganz toll gemacht hat. Und ich weiß noch, dass wir eine Show aufgezeichnet haben und danach, ich hatte irgendwie das Gefühl, sie war nicht so richtig da. Und dann bin ich zugegangen und meinte so, was war denn los? Und dann hat sie gesagt, ich habe mich nicht wohlgefühlt in der Klamotte, weil das ZDF ihr gesagt hat, was sie anzuziehen hat. Und ich weiß noch, dass ich an dem Tag genau die gleiche Diskussion hatte, dass ich zwei Anzüge vorgestellt habe und dann meinten die aus der Regie zu mir, ja, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, warum geht das nicht? Und dann haben sie gesagt, ja, warte mal kurz. Und dann meinte ich so, ihr habt doch auch Thomas Gottschalk nie gesagt, was er anzieht. Und dann meinten sie zu mir, ja, aber das ist ja auch Thomas Gottschalk. Habe ich gesagt, ich vergleiche mich ja nicht mit Thomas Gottschalk, aber ich bin ja auch ein mündiger, erwachsener Mensch, der selber entscheidet, was er anziehen möchte. Wenn ihr mir begründen könnt, warum die Klamotte nicht passt, weil es moriert oder weil es glänzt oder weil es überstrahlt, dann sind das ja fachliche und technische Aussagen, mit denen ich arbeiten kann und dann macht man was anderes. Aber nur weil es dir nicht gefällt, hat das doch nichts damit zu tun, ob es mir gefällt. Und ich meine, Thomas Gottschalk ist ja nun mal auch berühmt für seine extravaganten Klamotten und super. Das hat ihm gestanden und jeder, der eine bunte Hose und keine Ahnung, rot gefärbte Haare und Fukuila tragen will, der soll das machen. Wenn es Bock macht, dann trägst du es ja auch mit Würde, mit Stolz und das strahlt ja auch nach außen. Deswegen, die Welt ist bunt, lass uns alle bunt sein. Ja, voll. Zum Beispiel beim Oscar würdest du jetzt nicht irgendwie mit Jeans wahrscheinlich hingehen. Ich meine, es gibt ja immer Dresscodes, aber trotzdem kannst du dich ja in verschiedenen Dresscodes auch verschieden kleiden. Genau. Deswegen finde ich das so wichtig, dass es da auch in den Branchen wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr akzeptiert werden muss in Zukunft, weil ich glaube, da wird schon noch viel, gerade wenn man nicht so eine Durchsetzungskraft hat, weil man vielleicht nicht den Mut hat oder sich nicht traut, das da anzusprechen. Aber ich finde es schon super wichtig, dass jeder da so individuell bleibt, wie er das auch privat macht. Ja, und ich glaube, jeder, also ob du oder ich oder Leute, die hinter der Kamera sitzen oder was anderes machen, jeder weiß doch, wenn du etwas anhast, worin du dich nicht wohlfühlst, weil es zwickt, weil die Farbe komisch ist, es rutscht immer hoch oder Hose ist zu kurz oder dann fühlst du dich einfach unwohl. Du strahlst es ja auch in gewisser Art über die Klamotte aus. Das ist auch schon so extrem. Oh ja. Ja? Ja, erst vor kurzem musste ich so ein, die hatten kein Budget und ich nenne jetzt die Marke nicht, aber ich musste so ein, wie so ein Latex-Anzug anziehen und der war auch viel zu eng und es sah an gewissen Stellen bei der Frau auch echt nicht gut aus. Und dann war ich wirklich da so, ich so, mir ist, mir wäre eigentlich alles egal, mir ist das Geld komplett egal, auch wenn das mir ganz viel Geld bringt, ich will mich so nicht zeigen, weil ich mich so unwohl fühle und das Einzige, was dann gut war, war, dass es so eine kranke Kamera war, dass du nichts gesehen hast. Wieder eine kranke Kamera. Also die Kamera hat das so gut dargestellt, dass es nicht so billig aussah wie in Real Life. Weißt du, was ich meine? Also du hast gar nicht gesehen, dass wir uns unwohl fühlen oder sowas, aber sonst hätte ich das, da hätte ich wahrscheinlich... Okay, aber du hattest dich ja niemals drin bewegt. Du hast das für ein Foto gemacht. Nee, es war ein Videodreh. Okay. Ja. Also ich trage privat sehr viel Latex. ich kann es mir auch vorstellen. Latex-Unterhosen. Richtig bequem. Ja. Und hast du noch mal so eine unerwartete Herausforderung, die du so in deinem Business hattest, vielleicht auch in Bezug auf, wo du, keine Ahnung, mal einen Star getroffen hast, wo dir irgend so ein Patzer passiert ist, der so richtig peinlich war und den du dann aber wirklich solide gerettet hast? Hast du da mal so eine Situation, die dir einfällt? Ja, kontinuierlich. Echt? Man denkt bei Leuten, wie dir, du machst so in der Moderation gar keine Fehler. Nein, 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 nein. Ich hatte heute so eine Veranstaltung und ich habe mit einem großartigen deutschen Schauspieler gesprochen, habe mir eine Frage gestellt und war mir eigentlich relativ sicher, dass die Fakten stimmen und er hat es einfach direkt, er hat gesagt, nee, das mache ich gar nicht. Also es ging um Synchronisation, also der Schauspieler, Hörspiel, Sprecher und ich dachte auch, er synchronisiert. Und er hat dann halt ganz klar gesagt, na, das mache ich nicht, weil ich möchte nicht anderen Schauspielern sozusagen die Seele stehlen, das, was sie mit ihrer Stimme machen, möchte ich nicht auf Deutsch übertünchen. Das war eine relativ klare Antwort. In der Sekunde habe ich mich geärgert und gedacht einfach, ach, scheiße, hättest du nochmal besser recherchieren müssen, damit du ihm nicht diese Frage stellst. Aber dann gehe ich damit einfach komplett offen um. Ich hatte auch bei den Oscars reichlich Aussetzer, weil irgendjemand vor mir steht, den ich im Film ganz anders wahrgenommen habe. Also das ist ja zum Beispiel auch ein Riesenproblem. Das kannst du ja auch in der Serie oder im Film, siehst du jemanden auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm und siehst die Person dann in echt natürlich ohne Schminke, ohne Kleidung für die Rolle und du hast natürlich auch gar keine Körperdimension. Weißt du ja nicht, ist die Person im Film vielleicht groß, aber in Realität klein und dann steht irgendjemand vor dir und du hast einen Blackout, du hast keine Ahnung. Ich habe auch schon Menschen auf der Bühne verwechselt mit Namen. Ich habe Zahlen falsch gesagt. Ich bin ins falsche Spiel gegangen. Die haben mir irgendwas aufs Ohr gesprochen, was ich in der Sekunde nicht richtig verarbeitet habe und dann habe ich gesagt, ey, wir müssen kurz mal breaken. Erzählt mir das mal. Aber ich glaube, das ist schön zu hören, dass auch so ein Profi so viele Fehler dann auch macht und das es auch total normal ist, weil wir von außen kriegen es ja gar nicht so mit wie du. Und ich glaube, wir sind die größten Kritiker dann. Klar, es gibt wahrscheinlich viele, die dann schreiben, wie du schon gesagt hast, jetzt hast du irgendwie anstatt Diesel, anstatt Benzin gesagt oder das oder das. Klar, es gibt die immer, aber schlussendlich sind, glaube ich, wir die größten Kritiker an uns selber. Ja, auf jeden Fall. Also klar möchte ich es perfekt machen, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so, dass wenn du es authentisch, und da kommen wir wieder zum Begriff Authentizität, und natürlich rüberbringst und vielleicht auch selber drüber lachst, das ist ja das, was am meisten Spaß macht. Also an welche Moderationen kannst du dich am besten ändern? Das sind ja immer die, wo du entweder hatte jemanden Lachflash oder es ist was Unerwartetes passiert. Oder es war die erste. Genau. Also es gibt ja tausend Sachen. Und das ist ja das Schöne. Also deswegen, glaube ich, lieben die Menschen da draußen auch Joko und Klaas gegen ProSieben, weil wir drei einfach in diesem Trio in Fanale ja auch unfassbar viel lachen. Also Joko und ich kriegen ja jede Staffel mindestens ein Lachflash und das ist ja nicht geplant. Wir sitzen ja nicht da und sagen und hier lacht Joko und dann lacht Steven und Klaas sagt, das ist doof. Das passiert aus der Situation heraus. Und das ist ja schön. Und deswegen liebe ich Entertainment, weil Entertainment einfach begeistern soll. Und Entertainment kann ja von melancholisch bis kompletter Comedy alles sein. Und ich möchte gerne Emotionen in Menschen hervorrufen, die kann ich ja am besten transportieren, indem ich selber emotional bin. und ich werde immer emotionaler, glaube ich, im Alter. Ja? Ja, total. Was war so der letzte emotionalste Moment, an den du dich erinnerst? Also es gibt, also sicherlich im privaten Umfeld, dass du in einer Situation warst und jemandem zugeguckt hast, der dir ganz, ganz nah am Herzen ist und dich das einfach zu Tränen gerührt hat. Also da kriege ich jetzt schon Kloß im Hals, weil das einfach Dinge sind, die sind das Allerwichtigste. Momente. Ja. Oh. Ja, voll schön. Und ich glaube, viele sitzen jetzt hier so davor und denken sich so, boah, irgendwie crazy, in was für einer Welt wir uns befinden. Du stehst in Hollywood bei den Oscars. Ich bin, wir waren irgendwie beim Superbowl, bei einem Event, was eigentlich geisteskrank ist, dass wir da überhaupt sein dürfen. Wo wir auch im Stadion saßen und uns nur so dachten so, ne, warum auch wir? Also das ist halt einfach, es passiert super viel. Und wie ist das aber für dich, wenn du weißt, okay, super viele da draußen sind die größten Fangirls, Fanboys von, ob es jetzt Brad Pitt ist, Leonardo DiCaprio, Will Smith, Stefan Raab, Joko und Klaas und du kannst jeden Tag immer mit verschiedenen Menschen moderieren und dahin fliegen und die interviewen und hast die so hautnah vor der Kamera und die sind ja auch super cool mit dir. Also es gibt ja klassische Moderatoren, die halt so super stumpfe Fragen stellen, aber bei dir, egal wo ich hingucke, es ist immer super authentisch, es ist super locker mit denen, als wäre die irgendwie befreundet. Viele posten das auch, dich auf den Kanälen. Wie ist das, wenn du weißt, dass vor allem so viele, die so krass fanatisch lieben? Ich bin da selber noch ein riesen Fanboy. Also ich bin da selber jemand, der das total genießt und sich selber auch mal zwickt. Das ist ja ein wirklich ganz, ganz tolles Geschenk, das ich da bekommen habe, mit Leuten wie Joko und Klaas zusammenzuarbeiten und auch mit Stefan. Meine Aufgabe sehe ich ja am Ende auch immer in gewisser Art und Weise als Beobachter für die Menschen, die sich das angucken. Ich genieße das am roten Teppich, aber für mich ist dann primär die Aufgabe, das, was ich da erlebe, für die Menschen verbal zu visualisieren, wenn das Sinn macht. Also das heißt, ich möchte gerne meine Begeisterung in der Situation all den Menschen nahe bringen, die jetzt vorm Fernseher sitzen und sagen, ich wäre selber gerne dabei. Und wenn ich das schaffe, dass jemand da sitzt und sagt, ich gucke mir die Oscars und den roten Teppich total gerne an, weil ich weiß, du stellst gute Fragen und du bringst die Stimmung rüber und bist selber total aufgeregt, dann freut mich das. Oder wenn jemand sagt, ich gucke dich super gerne mit Joko und Klaas zusammen an, auch wenn Joko ganz viel ärgerst, weil ihr drei seid einfach, ihr bringt mich zum Lachen. Das ist das Tolle. Und ich glaube, in den Gesprächen, die ich mit den Leuten führen darf, du hast eben ein paar aufgezählt und einige kenne ich ja schon, klingt immer so absurd, Jahrzehnte mittlerweile. Und irgendwann erinnern die sich auch an dich. Also ich habe jetzt Deadpool und Wolverine gemacht, Ryan Reynolds habe ich jetzt ein paar Mal getroffen, aber Hugh Jackman, mit dem habe ich vor sechs Jahren wirklich richtig langes, intensives Interview geführt. Geiler Typ. Und er kam rein und war so, Steven. Und das sind natürlich Momente, wo ich mich total freue, weil dann weiß ich, ich habe es gut gemacht. Und das spornt mich immer wieder an, jeden Job auch so gut ich es kann zu machen. Das bin ich all den Menschen, die das gucken schuldig und ich bin es all den Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten schuldig und ich bin es all den Menschen, die ich interviewen und sprechen darf schuldig. Und ich finde, das ist eine Art von Respekt. Und solange ich das machen darf, werde ich es auch genauso machen. Und wenn ich irgendwann mal merke, ich kann eine dieser drei Säulen nicht mehr bedienen, also in der Vorbereitung der Personen, die ich interviewen darf, in der Vorbereitung der Menschen, die hinter den Kulissen alles geben, um eine geile Show auf die Bühne zu stellen und den Menschen, die sich das angucken, dann mache ich es auch nicht mehr. Weil dann macht es keinen Sinn mehr. Dann habe ich einen Punkt erreicht, der nicht richtig ist. Wenn es mich Überwindung kostet, alles hundertprozentig zu geben und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und ich hoffe, dass die Leute das auch spüren. Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass du das, was du machst, liebst. Und ich bin, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von dir. Danke. Und man merkt das auch, also du bleibst auf jeden Fall sehr positiv in meiner Erinnerung. Auf jeden Fall meine Family, auch ein Riesenfan. Haben die ja auch alle kennengelernt. Und ich glaube, das finde ich auch so wichtig, dass man dahinter die Leidenschaft sieht und auch so die, ja, ich meine, schlussendlich ist es ja auch dein Job und den machst du gerne und dann lieferst du ja halt auch ab für alle Menschen, die das Konzept erstellen, die dahinter sind. Und eine abschließende Frage habe ich noch für dich, weil viele jetzt hier wahrscheinlich auch drin sind und sich das anhören, weil sie vielleicht auch in deine Rolle irgendwann schlüpfen wollen, die neue Generation kommt. Hast du so drei Tipps für Leute, die in die Moderation gehen wollen? Was sind so die ersten Schritte oder was kannst du da als Profi empfehlen? Wie sieht da so ein Weg aus? Oder sagst du so, nee, also das ist vorbei, es wollen eh viel zu viele machen? Nein, vorbei ist es definitiv nicht. Und ich freue mich über jedes neue Mitglied der bunten und großen Moderatoren, Moderatorinnen-Familie. Ich komme immer wieder auf den Punkt Authentizität. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man authentisch ist, dass man sich nicht verbiegt und dass man das macht, was man normalerweise auch machen würde. Klar, das hat Robbie Williams mal gesagt, seine Persönlichkeit wird einfach nur größer auf der Bühne, weil er dann den Leuten seine Songs präsentiert. Aber es muss ja ein Grundstock da sein. Und ich glaube, dass man das, was man hat, dann vielleicht manchmal ein bisschen breiter, massenkompatibler, entertainiger präsentieren sollte, aber man muss eine Grundaffinität dafür haben. Nummer zwei ist es, finde ich, immer wichtig, sich einen Themenbereich zu suchen, den man wirklich leidenschaftlich liebt. Ob das jetzt Mode ist oder Kino bei mir oder Serie, ich glaube, dann fällt es einem leichter, sich in diese Materie einzulesen und etwas zu präsentieren und vielleicht auch die ersten Schritte in diese Richtung zu machen. Und Nummer drei, ich glaube, es gibt heute bei weitem, weitem, weitem mehr Möglichkeiten in dieses Business reinzugehen, als es das damals bei mir gab. Ich habe es da umschrieben. Es gab Radio und Musikfernsehen. Es gab kein YouTube, es gab kein Instagram, kein TikTok, es gab keine Streamer, es gab nicht so viele Fernsehsender wie heute. Und ich glaube einfach, dass bei dem Überangebot, und das ist vorhin auch gerade gesagt, an Informationen, was man jeden Tag konsumiert und irgendwie entgegengeschleudert bekommt, wichtig ist, etwas zu finden, was einem Spaß macht, um sich vielleicht auch aus der Masse herauszuarbeiten beziehungsweise vielleicht auch aus der Masse herauszustechen. Und ich glaube, auch ganz, ganz wichtig ist, man muss Geduld haben. Also ich glaube, dass man auch wissen muss, es dauert manchmal länger, aber wenn man das mag, was man machen möchte, dann vergeht auch die Zeit relativ schnell und alles aufsaugen wie ein Schwamm, egal was man dann mitkriegt. Ausprobieren. Und ich kann jedem nur raten, der oder die es gerne machen möchte, versucht es. Also Versuch macht klug, wie man so schön sagt. Und wenn es nicht das ist, was ihr euch vorstellt, dann macht ihr halt was anderes. Aber ausprobieren. Besser geht es nicht. Ja, ich glaube, wir kommen zum Ende. Es war so toll. Es ging so schnell. Und ich glaube, es wird irgendwann bestimmt nochmal eine Folge mit uns geben. Wir haben ja auch vielleicht irgendwann mal was zusammen, wo ich mich sehr darüber freuen würde, wenn wir auf jeden Fall nochmal woanders neben der Kamera stehen. Also wir nehmen euch mit. Ich glaube, wir werden noch einige Events zusammen machen, worüber ich mich freuen würde. Ich mich auch sehr. Und danke, dass du dein Wissen geteilt hast. Ich wollte dir eigentlich noch viel mehr Fragen zu deiner ganzen Karriere und sowas stellen, aber die Tipps, die du mitgegeben hast, waren auf jeden Fall noch viel wertvoller. Und deswegen vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank für die tollen Fragen und für das wirklich großartige Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns sehr über das Feedback. Schreibt Steven, schreibt mir, fragt uns noch irgendwas, was ihr wissen wollt. Dann beantworten wir es vielleicht nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle bei der nächsten Folge und wir hoffen, dass die Folge euch gefallen hat und dir wünsche ich eine gute Heimreise. Danke. Bis Gute. Tschüss. Tschüss.